Die Kreiselritter und die Kristallarena der Kampfkreisel Eine Gute-Nacht-Geschichte als Hörspiel für Kinder In einem kleinen Dorf namens Kreiselburg lebte ein Junge namens Finn. Finn war kein gewöhnlicher Junge, denn er liebte Kampfkreisel über alles. Er hatte eine ganze Sammlung von ihnen, die er liebevoll pflegte und mit denen er stundenlang spielte. Sein Lieblingskreisel hieß Blitz, ein silberner Kreisel, der so schnell drehen konnte wie ein Blitz. Eines Tages entdeckte Finn in einem alten Buch eine geheimnisvolle Karte. Auf der Karte war eine glänzende Arena abgebildet, die von einem magischen Kristall umgeben war. Diese Arena, so stand in dem Buch, war die legendäre Kristallarena, in der die größten Kreiselkämpfe aller Zeiten stattfanden. Finn war sofort fasziniert und beschloss, die Kristallarena zu finden. Zusammen mit seinen Freunden, der mutigen Anja und dem klugen Ben, machte er sich auf den Weg. Ihre Reise führte sie durch dichte Wälder, über hohe Berge und durch dunkle Höhlen. Dabei mussten sie viele Gefahren überwinden. Sie mussten sich vor wilden Tieren schützen, rätselhafte Rätsel lösen und tückische Fallen umgehen. Als sie endlich die Kristallarena erreichten, waren sie überwältigt von ihrem Anblick. Die Arena war noch schöner, als sie sie sich vorgestellt hatten. Der Kristall, der sie umgab, funkelte in allen Farben und erzeugte eine magische Atmosphäre. In der Arena trafen sie auf andere Kreiselritter aus verschiedenen Ländern. Diese Ritter waren alle Meister ihres Fachs und hatten die besten Kreisel der Welt. Finn und seine Freunde wurden sofort in einen großen Turnier eingeladen. Das Turnier war ein spannendes Ereignis. Die Kreiselritter kämpften mit großer Leidenschaft und Geschicklichkeit. Finn und Blitz kämpften sich Runde für Runde weiter. Sie besiegten starke Gegner und beeindruckten alle Zuschauer mit ihren Fähigkeiten. Im Finale traf Finn auf einen mächtigen Ritter namens Ragnar. Ragnar hatte einen riesigen, schwarzen Kreisel, der unbesiegbar schien. Der Kampf war hart und spannend. Beide Kreisel drehten sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und prallten immer wieder aufeinander. Doch Finn gab nicht auf. Er konzentrierte sich all seine Kraft auf Blitz und gab ihm den Befehl, noch schneller zu drehen. Blitz leuchtete hell auf und drehte sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass er Ragnars Kreisel aus der Arena schleuderte. Finn hatte gewonnen. Er war der neue Champion der Kristallarena. Als Belohnung erhielt er einen besonderen Kreisel, der alle anderen Kreisel übertraf. Dieser Kreisel konnte nicht nur schnell drehen, sondern auch seine Form verändern. Finn und seine Freunde kehrten als Helden in ihre Heimat zurück. Sie erzählten allen von ihren Abenteuern und von der magischen Kristallarena. Und Finn? Er wurde zum berühmtesten Kreiselritter der Welt und lebte glücklich bis an sein Ende. Nach seinem Sieg in der Kristallarena wurde Finn zum Helden von Kreiselburg. Doch der Frieden wehrte nicht lange. Ein böser Zauberer namens Malachi, der die Macht über alle Kreisel an sich reißen wollte, entdeckte die Lage der Arena. Mit seiner dunklen Magie begann er, die Kristallarena zu schwächen. Die bunten Farben des Kristalls verblassten und die Arena begann zu bröckeln. Die Kreiselritter waren verzweifelt. Ohne die Energie des Kristalls konnten ihre Kreisel nicht mehr ihre volle Kraft entfalten. Finn und seine Freunde wussten, dass sie etwas tun mussten, um die Kristallarena zu retten und Malachi aufzuhalten. In einem alten Buch fanden sie heraus, dass der Kristall nur durch ein besonderes Lied wieder zum Leben erweckt werden konnte. Dieses Lied war ein uraltes Geheimnis, das nur die wahren Meister der Kreisel kannten. Finn und seine Freunde machten sich auf die Suche nach den Noten dieses Liedes. Ihre Suche führte sie in ferne Länder und zu geheimnisvollen Orten. Sie mussten durch gefährliche Dschungelreisen, Rätsel in alten Ruinen lösen und sich vor fliegenden Drachen schützen. Doch sie ließen sich nicht entmutigen und setzten ihre Reise fort. Schließlich fanden sie die Noten des Liedes in einer versteckten Bibliothek. Es war ein schwieriges Lied, voller hoher Töne und schneller Rhythmen. Aber Finn und seine Freunde waren entschlossen, es zu lernen. Mit Hilfe eines alten Meisters, der das Lied noch kannte, übten sie Tag und Nacht. Als sie das Lied perfekt beherrschten, kehrten sie zur Kristallarena zurück. Malachi hatte gerade einen mächtigen Zauberspruch gewirkt, um die Arena endgültig zu zerstören. In diesem Moment begannen Finn und seine Freunde das Lied zu singen. Ihre Stimmen hallten durch die Arena und erfüllten den Raum mit einer kraftvollen Melodie. Der Kristall begann zu leuchten und die Arena erstrahlte in neuem Glanz. Malachis Zauber wurde aufgehoben und der böse Zauberer wurde besiegt. Die Kreiselritter jubelten und dankten Finn und seinen Freunden. Die Kristallarena war gerettet und die Welt der Kreisel war wieder in Sicherheit. Neue Herausforderungen und Abenteuer Finn und seine Freunde kehrten als Helden nach Kreiselburg zurück. Sie wurden gefeiert und geehrt. Doch ihre Abenteuer waren noch nicht zu Ende. Es gab noch viele andere geheimnisvolle Orte zu entdecken und viele neue Herausforderungen zu meistern. Jedes Jahr findet in einer fernen Stadt eine große Kreisel-Olympiade statt. Finn und seine Freunde beschließen, daran teilzunehmen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Eine legendäre Insel, auf der es Kreisel gibt, die seit Jahrhunderten verschollen sind. Finn träumt davon, diese Insel zu finden und seine Sammlung zu vervollständigen. Es gibt Gerüchte über schwarze Kreisel, die von einer dunklen Macht erschaffen wurden. Finn und seine Freunde müssen herausfinden, was es mit diesen Kreiseln auf sich hat. Die Kreisel-Olympiade war ein Spektakel, wie Finn es noch nie erlebt hatte. Kreisel-Ritter aus aller Welt traten gegeneinander an. Jeder mit seinem einzigartigen Stil und seiner besonderen Kreisel-Technik. Finn und seine Freunde kämpften sich Runde für Runde weiter und zeigten, was sie drauf hatten. Im Finale traf Finn auf einen mysteriösen Ritter, der einen schwarzen Kreisel besaß. Dieser Kreisel wirkte anders als alle anderen. Er schien von einer dunklen Energie angetrieben zu werden. Der Kampf war hart umkämpft, aber am Ende konnte Finn seinen Gegner besiegen. Doch der Sieg schmeckte ihm bitter. Als er den schwarzen Kreisel genauer betrachtete, spürte er eine dunkle Kraft, die von ihm ausging. Er erfuhr, dass dieser Kreisel ein Teil eines uralten Artefakts war, das in der Lage war, die Welt in Dunkelheit zu stürzen. Zusammen mit seinen Freunden machte sich Finn auf die Suche nach den anderen Teilen des Artefakts. Ihre Reise führte sie in verlassene Tempel, durch unterirdische Gänge und über gefährliche Meere. Sie mussten sich gegen gefährliche Kreaturen wehren und knifflige Rätsel lösen. Die Insel der verlorenen Kreisel und der Wächter eines Tages erreichten sie die legendäre Insel der verlorenen Kreisel. Die Insel war von einem dichten Nebel umgeben und bewachte von einem mächtigen Kreiselwächter. Dieser Wächter war ein uralter Kreisel, der die Insel seit Jahrhunderten beschützte. Um an die verlorenen Kreisel zu gelangen, mussten sie den Wächter besiegen. Es war ein schwieriger Kampf, aber Finn und seine Freunde schafften es schließlich, den Wächter zu bezwingen. Auf der Insel fanden sie eine riesige Schatzkammer voller Kreisel. Unter ihnen war auch ein weiterer Teil des dunklen Artefakts. Mit den gesammelten Teilen des Artefakts kehrten Finn und seine Freunde zu Malachi zurück. Der böse Zauberer hatte bereits begonnen, seine dunklen Pläne umzusetzen. Er hatte eine Armee aus schwarzen Kreiseln erschaffen, die die Welt in Dunkelheit stürzen sollte. Es kam zu einer großen Schlacht. Finn und seine Freunde kämpften tapfer gegen Malachis Armee. Doch die dunklen Kreisel waren zu stark. In diesem Moment erschien der alte Meister der Kreisel, der Finn das Lied gelehrt hatte. Er hatte eine Vision von einem geheimen Ort, an dem ein mächtiger Kreisel verborgen war, der in der Lage sein könnte, Malachi aufzuhalten. Finn und seine Freunde machten sich auf den Weg zu diesem Ort. Nach einer langen und gefährlichen Reise fanden sie den Kreisel. Es war ein Kreisel aus purem Licht, der die Kraft besaß, alle Dunkelheit zu vertreiben. Mit vereinten Kräften aktivierten sie den Kreisel aus Licht. Ein heller Strahl schoss aus dem Kreisel und durchbohrte Malachi. Der böse Zauberer wurde besiegt und seine dunklen Kreisel zerfielen zu Staub. Die Welt war gerettet. Finn und seine Freunde kehrten als Helden nach Kreiselburg zurück. Sie wurden für immer als die Retter der Welt gefeiert. Und Finn? Er wurde nicht nur der größte Kreiselritter aller Zeiten, sondern auch ein Symbol für Mut, Freundschaft und Hoffnung. Ende Du findest diese Geschichte interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch Klick oder ein Teilen des Videos. Schau dir den Kanal an und abonniere den Geschichtenboot.